Louis Cook hat seinem Großvater mit seinem Debüt im englischen Nationalteam reicher gemacht. Vor vier Jahren wettete Trevor Burlingham darauf, seinen damals 18-jährigen Enkel einmal in der Elf der Three Lions zu sehen. Dies musste noch vor seinem 26. Geburtstag geschehen. Der bei Bournemouth engagierte Louis wurde beim 1-zu-1 gegen Italien am Dienstag im Wembley-Stadion dann eingetauscht. 17.000 Pfund, 19.331,36 Euro erhielt Burlingham nun für seinen Einsatz von 500 Pfund. Wie der Wettanbieter William Hill bekannt gab, liegt es bezügliche Bestmarke aber weitaus höher. Peter Edwards kassierte 2013 ganze 125.000 Pfund, 142.142,37 Euro, nachdem sein Enkel Harry Wilson in der walisischen Nationalmannschaft debütiert hatte. Edwards hatte 50 Pfund gesetzt, als Wilson noch ein Kleinkind war. Happy Out!